Entschuldigung, aber Sie sitzen auf meinem Platz. Entschuldigung, aber das ist 12F und das steht genauso auch hier auf meinem Ticket drauf. Nein, 12F ist mein Sitzplatz. Könnten Sie das vielleicht nochmal überprüfen, weil hier steht schwarz auf weiß 12F. Junge Herr, da liegt ein Fehler vor. Sie dürfen jetzt verschwinden und meinen Platz räumen. Wir sollten vielleicht einfach das Flugpersonal aufsuchen, um den Fehler zu beheben, oder? Gibt es hier irgendein Problem? Der junge Herr ist das Problem und sitzt auf meinem Platz. Nein, 12F steht auf meinem Ticket drauf. Kann ich mal Ihre Ticket sehen? Auf Ihrem Ticket steht aber, sie sitzt auf 28B. Mein Ehemann sitzt aber auf 12E und ich sitze neben ihm. Der hat Sie wohl nicht ohne Grund weit weg platziert. Wie bitte? Ich meine, es tut mir leid, aber Sie müssen auf 28B jetzt Platz nehmen. Ich möchte aber mit diesem Herren tauschen. Ich aber nicht mit Ihnen. Ich würde ihm wirklich empfehlen, auf Ihrem Platz zu sitzen, denn im Falle eines Absturzes, falls wir hier alle verbrennen sollten, dann müssen ja die Skelette irgendwie zugeordnet werden. Und das ist eben nur möglich, wenn man auf dem eigenen Sitzplatz sitzt.